Es ist wichtig, die richtige Umgebung für ihre IT-Infrastruktur zu schaffen. Wir haben hier in der Hannauer Landstraße und in der Weißmüller Straße mit Europas größte Glasfasertrassen. Und genau da drauf hat sich der Internetknoten gelegt. Und das ist nicht irgendeiner, das ist der weltweit größte Internetknoten mit dem D-Kix. Und mittlerweile befinden sich über 700 Carrier hier und die machen uns zu einem sehr besonderen Standort. Warum ich Interaction wirklich besonders finde, das sind die Menschen, die wir arbeiten. Denn die sehen sich nicht als Teil einer Technik, sondern als Teil des Internets.